So sehr sie es auch versuchen, manchen Frauen fehlt einfach die Kraft, das Leid anderer zu ignorieren. Hier ist leider nur ein halbes Sandwich. Vielen Dank, Ma'am. Aber ich bin kein Sozialfall. Da steht Arbeit für Essen. Wirklich? Ist schon okay? Ich verhungere lieber, als mich erniedrigen zu lassen. Na gut. Ähm, was können Sie denn für mich tun? Ich war Krankenschwester in einem Hospiz. Das könnte ich tun. Dauert auch nicht lange. Legen Sie sich hin und los geht's. Schlafen Sie ein. Lassen Sie los. Sie brauchen nicht festzuhalten. Geben Sie sich der Herrlichkeit hin. Ich kann nicht. Ich werde nicht einfach sterben. Ach, weil ich mir mein Essen nicht verdienen kann? Niemand hat mich je so beleidigt. Nein, nein. Ich wollte Sie nicht. Okay. Ich kann's versuchen. Haben Sie keine Angst. Lassen Sie es zu. Sie werden geliebt. Gehen Sie ins Licht. Das Licht ist Liebe. Gehen Sie hinein. Wundervoll. Sie haben Frieden gefunden. Hallo? Wo bin ich? Was ist los? Endlich kann ich mich diesem Sandwich widmen. Gar nicht schlecht. Moment mal. Ist da Mayo drauf? Ja. Schinken und Mayonnaise. Mann, warum haben Sie das nicht gesagt? Ich hasse Mayo. Woher sollte ich das wissen? Können Sie sie nicht runterkratzen? Das ist ja so... Ich würde wissen, dass sie da war. Können Sie mir helfen, hier rauszukommen? Oh, Entschuldigung, aber natürlich. Bewegen Sie sich langsam vorwärts. Zu Ihrer Linken befindet sich eine Tür. Gehen Sie hindurch. Ah! Ich bin in der Halle! Tut mir leid. Wollten Sie das etwa nicht? Nein! Oh, woher sollte ich das wissen? Oh, es brennt. Meine Haare sind verbrennt. Können Sie sie nicht runterkratzen? Ich will das nicht gehen. Ich habe ein Kind. Ich gestatte dir, auf der Erde zu verbleiben. Wenn du eine einfache Aufgabe bewältigst, verbringe eine selbstlose Tat. Ah! Ah! Oh, Gott. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020